Hallo, ich habe nur die Tennisanlage gesucht. Wissen Sie, ob dort auch Schläger verliehen werden? Bleiben Sie stehen! Das ist doch... Monika, Dr. Nightwood, erinnern Sie sich an mich? Ist das wirklich? Ja. Sie sagte, sie würde sie benachrichtigen. Ja, ich weiß, aber sie hat mir die Zuflucht als einen so friedlichen Ort angepriesen, so intellektuell, stimulierend. Da wurde ich neugierig und folgte Monika hierher. Ich bin nun mal sehr ungeduldig. Ungeduldig von Natur aus? Ja. Sie wissen doch, was Einstein über Masse und Geschwindigkeit sagte. Nein, aber es ist sicher sehr interessant. Erzählen Sie mir davon. Masse und Geschwindigkeit? Oh, äh, das ist sehr kompliziert. Wie wäre es, wenn wir bei einem Drink über Einsteins Philosophie diskutieren würden? Äh, Dr. Nightwood, dies ist Privatbesitz, umgeben von einem Sehrhundshorn. Wie sind Sie eigentlich reingekommen? Ich bin einfach durch das Tor gegangen. Das ist unmöglich. Das Tor ist computergesteuert. Dann muss hier irgendwas nicht stimmen, denn das Tor stand weit offen. Wirklich? Das werden wir ja sehen. Du musst ganz schnell das Haupttor öffnen, Kumpel. Ich weiß nicht, ob ich es aus dieser Entfernung schaffe, aber ich versuche es. Bis schnell. Also, Doktor, ich hoffe für Sie, dass Sie recht haben. Es ist offen. Ich hab's ja gesagt. Veronica, lass das Tor sofort schließen und stell fest, wieso er nicht von der Überwachungskamera erfasst wurde. Ja, Bianca. Und, äh, was Sie betrifft, Dr. Nightwood, willkommen in der Zucht. Danke sehr. Die Mädchen werden für Ihr Wohlbefinden sorgen. Und vielleicht haben wir später Zeit, über Masse und Geschwindigkeit zu diskutieren. Pass auf ihn auf. Bleib außer Sicht, Walter. Die Frau, die uns angegriffen hat, ist hier und könnte dich wiedererkennen. Sie könnten auch wiedererkannt werden. Ach ja, da wäre ich selbst nie drauf gekommen. Kommen Sie, Doktor? Ja, ich komme. Oh nein, das hat mir gerade noch gefehlt. Hör zu, du Fellkugel. Verschwinde. Jag Mäuse. Aber vergreif dich nicht an mir. Hast du verstanden? Na gut, du wirst schon sehen, was du davon hast. Oh, das war ein taktischer Fehler. Na du, bist ja doch ein niedliches kleines Kerlchen. Oh nein, pass doch auf. Lass das jetzt. Und komm bitte nicht auch noch an den Turbo-Boost. Er kommt. Knight Rider. Ein Auto.